Liebe AIDA-Fans, liebe Gäste, die Crew von AIDA-Blue hat sich in den letzten Tagen und Wochen intensiv auf den Neustart vorbereitet. Die Kussmund-Schönheit AIDA-Blue strahlt mehr denn je und wir vermissen sie so sehr. Das Warten, liebe AIDA-Fans, hat ein Ende. Also, Leinen los! Vergessen die Sorgen, Stück für Stück. Die Welt hinter uns wird immer kleiner. Vorne fahrt Richtung Horizont ins Glück. Oho, oho, Richtung Horizont ins Glück. Oho, mit AIDA Richtung Glück.